Ah, was ist passiert? Herzlich willkommen in meinem Gefängnis. Ah, ich kann nichts sehen, ich kann nichts sehen. Ähm, Cedric, das liegt daran, weil du ein Tuch auf dem Kopf hast. Was, ein Tuch? Oh, ach so, äh, ah. Oh, Blau, warum hast du mich denn schon wieder hier eingesperrt? Was soll das? Oh, Cedric, willst du wirklich wissen, wieso ich böse geworden bin? Ja, einerseits das und andererseits, warum du heute so furchtbar aussiehst. Nun, das liegt definitiv nicht daran, dass du das Video heute alleine aufnimmst und keine Skins erstellen kannst. Oh, äh, ja, das kann schon möglich sein. Pass auf, du willst unbedingt wissen, warum ich böse geworden bin. Na gut, ich erkläre es dir. Ah, ich sehe wieder nichts. Cedric, das Tuch. Hä? Ach so, ja, äh, klar, habe ich vergessen. Ah, wir sind im Kino, was, was sollen wir denn bitte hier? Lehn dich zurück, genieße eine Schachtel Popcorn und dann wirst du schon noch verstehen, was los ist. Wow, äh, okay, die Geschichte der Rainbow Friends, alles klar, dann schauen wir mal rein, würde ich sagen. Rainbow Friends, jemand will ihn umbringen, okay, das ist schon mal nicht so gut. Oh, okay, ich würde fast sagen, es ist der Typ, das ist auch nicht so gut. Ja, das ist okay, das ist in Ordnung, das ist nur blau, der macht eigentlich nichts, okay. Hast du keine Kiste dabei, Mann, so macht man das in Rainbow Friends. Oh Gott, oh, diesen Raum kenne ich. Das ist der, das ist doch der Raum, okay, das ist der Raum mit diesen Luftballons. Oh Mann, da unten ist ein Wind, auf jeden Fall, wo er jetzt rein will. Wer ist das denn? Okay, er ist scheinbar mit irgendeiner Freundin da oder sowas. Okay, sie glaubt ihm gar nicht, dass er Monster gesehen hat oder so. Äh, okay, er hat scheinbar keine Ahnung, wo er ist. Oh, okay, er bekommt die ganze Geschichte erklärt. Okay, das ist gut. Oha, das lila, Leute. Okay, also das war die größte Familienunterhaltung, die es überhaupt nur gibt. Okay, also die Rainbow Friends waren da, bevor es diesen komischen Park gab oder sowas. Irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah. Das äh, das ist voll geklaut von, äh, Friday Night's, äh, nee, Friday Night's, äh, hier, Five Night's at Freddy's. Das ist fast genau die gleiche Geschichte. Oh. Okay. Oha. Der wird böse. Oh nein, das ist gar nicht gut. Er will eine neue Show machen. Er wird so groß, dass er alle seine alten Kunden zurückkommt, um zurückzukommen. Er braucht nur noch neue Arbeitnehmer, um die Rainbow Friends zu sein. Einige Arbeitnehmer, die niemals verlassen würden. Okay, er sucht neue Mitarbeiter. Oha. Er will eine neue Mitarbeiter für einen neuen Untertitel an Oddworld. Es ist weirr, aber das Telefonnummer ist nicht das Oddworld-Nummer. Oh, das ist unsere private Hiring-Line. Oha. Er lockt Leute zu sich, die bei diesem, äh, Vergnügungspark arbeiten wollen. Und will, dass die die Rainbow Friends werden. Oha. Okay. Und... Ah, alles klar. Stimmt, Leute, natürlich. Das sieht man ja auch immer im Intro von Rainbow Friends. Genau das. Wow. Oh, oh. Lol. Also, wir werden vielleicht entführt aus dem Grund, damit wir die neuen Rainbow Friends werden. Oh, dieser Typ, der, der, der Rote ist vielleicht der Typ, der, der die alle angestellt hat. Oha, Leute. Oha. Okay. You'll be cherished by families all over Blocksburg. Der. Bad News is, they see it's going to hurt. Wait, what? Das wird wehtun. Der wird zum, der wird zum, zum blauen Rainbow Friends. Oha. Oha. Und er sucht noch für andere. Oh, der blindet, der wird grün. Oha. By lying where they were. Oh, my God. Wow. Okay, there was this one. Ah. Don't you want to be my friend? I have feeded it went. Oha. I almost got away. Oha. So, he had four Rainbow Friends. One short what play place used to have. But the owner couldn't wait any longer. He needed to open now. crazy okay so sieht ja entstanden okay und die leute kommen alle wieder sie sind so real aus weil sie real sind okay wie werden die jetzt auf jeden fall böse der ist wieder reich sie wurden für immer verwandelt oh mein gott sie machen ihn zum roten jetzt rennt er weg vor ihnen aha jetzt ergibt das alles sind okay das ist die falsche tür leute du hast dich das war der falsche okay also sie glaubt nur weil ich dass es real ist du wurdest gerade von leuten verfolgt also er erschreckt sich natürlich aha außer der typ dahinter auch glaubt und wieder die falsche tür das ist kein ausgang oh mein gott und das ist der besitzer lol was okay er rennt und der grüne was okay irgendwas okay was jetzt werden die rainbow fans von irgendwas verfolgt was ist denn passiert oha was ist das gerade wirklich was ist sich irgendwo bei farbe black paint er versucht sich in schwarz um zu färben aber wird verfolgt von irgendwelchen anderen wesen wie sieht das süß aus ich weiß nicht der sabbert so ein bisschen okay das sind jetzt andere leute wie es aussieht okay old world in die richtung ah das ist eine familie die scheinbar diesen jahrmarkt besuchen wollen aber die gehen auch wieder in die falsche richtung man warum sind denn alle so doof denn da oben sieht man es doch guckt doch nicht dem schild er muss immer den er muss immer den schildern folgen okay ich verstehe so ja man definitiv nichts leute alles ist gut das ist auch nur so ein schatten oder so sieht man nicht oh gott alle werden weggezogen sie rennen weg aber die sie lassen sie zurück das mädchen und sie fliehen in die fabrik der rainbow friends geht's euch gut definiere okay der rote der ist noch da oh oh wie das aussieht oh 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 okay okay ja das wissen wir schon erklärt ihr das jetzt nochmal was ist mit grün bei ihm der original oblivier der originalamen HERO aber er hat keine farbe oh okay es ist eleets schuld dass der Schwarz entstanden ist. Was ist das? Okay, sein Vater scheint irgendwie auch nicht nett zu sein. Ist der originale Rainbow Friends sein Vater? Oh, okay. Was hat diese Kreativität nur mit dir getan? Bring dich zu weit. Ja, genau. Er wird irgendwas machen. Okay, sein Vater ist richtig hart gewesen. Er will nur, dass er... Also er will nur, dass irgendwie sein Sohn so ein richtig krasser Businessman wird und richtig ernst und sowas. Dabei will er eigentlich nur, nur Regenbogenfreunde. Okay, er hat sich dann der Wissenschaft gewidmet. Was ist sein? Er war glücklich, dass er irgendwie irgendwas gemacht hat, irgendwie Business aufgemacht hat, aber nicht, dass er irgendwas über Regenbogenfreunde gemacht hat. Oh, okay. Das scheint ja nicht so kurz zu finden. Was? Oha. Es war noch nicht fertig. Der originale Rainbow Friend. Der schwarze. Oha. Und er ist irgendwo runtergefallen, weil er zu schwer war. Er ist sein Vater. Oh, er will nur Rache. Ah, er kann die Welt nur in schwarz und weiß sehen, deswegen macht es Sinn, sich in schwarz zu verwandeln oder so schwarze Farbe, damit er hier sicherheitlich sehen kann. Das ist ja gerade... Oh. Ah. Blue, you're alive. Blue, you're alive. Blue, you're right behind me. We gotta move. Wait, who are these guys? They're Black's next victim unless we all get out of here. Okay. Er hat scheinbar überlebt. Aber warum hat er überlebt, Leute? Oh oh. Ich glaube irgendwie, dass Blau irgendwas damit zu tun hat. Das ist eine Falle oder sowas. Oh, er hat sie alle gefangen. Und, und das Mädchen. I'm tired of running. I'll take you on. No, wait. Er lenkt sie ab. Oh, okay. Er haut ihn. Eide rein. Oh. Was? Technik? Aber ich dachte, die sind mutiert. Du bist nicht mein Sohn. Äh? Wenn er in das Bunte nicht geht, dann tut ihm das irgendwie weh oder so. Jetzt ist er dran. Oh. Jetzt wird's, äh, Hara, äh, Dingsbums geben. Oh. Bunt ist nicht. Ja, so, genau so sieht Bunt ist nicht nämlich aus. Loll. Weil er schwarz ist, kann er keine Farben aushalten. Boah, er läuft einfach weg und, oh, er wirft einen Würfel und, oh. Strike. Das ist für meine Freunde. Okay. Das war's dann wohl mit ihm. Es ist vorbei. Hahaha. Geil, jetzt gehen die alle zusammen für diese Welt während dem, dem Plein, oh. Oh nein, schon wieder. Oh, jetzt ist grün. Schiff, was war mit dem denn? Grün ist gar nicht mehr da gewesen. Okay, sie ist weggelaufen und wird angerufen. Oh, das kann grün hören. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Mach's doch aus. Oh, oh. Okay, sie versteckt sich jetzt in einem, äh, in einem Spind auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Grün ist vorbeigelaufen. Komm, das ist doch die Szene, wo der jetzt direkt vor dir stehen wird. Ja, war mir doch klar. Ich wusste es doch. Ah. Nein. Erzähl ein bisschen über sich selbst. Wie grün entstanden ist. Der Highschool. Wurde geärgert. Oh, er ist sehr groß. Ich versuchte, ich versuchte, zu den Prinzipien. Aber sie haben keine Hilfe. Es machte nur die Dinge schlimmer. Meine Eltern verletzten ein bliebem auf meine Probleme, auch. Sie haben gedacht, wegen meiner Größe, dass ich einfach überreaktet habe. Aber ich kann es nicht mehr nehmen. Ich grün, und ich grüßte Sie hat mir ja einen Stressball gegeben, den ich. Okay, immer wenn er sauer ist, soll er das Ding drücken. Und sie machen sich darüber auch lustig. Nicht nur, weil er groß ist, sondern auch, weil er einen Stressball hat. Ja, 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 mega witzig. Oh Mann ey, es tut mir leid für jeden, dem sowas passiert, echt. Okay. Er war riesig und deswegen konnte er sie einfach weghauen oder so. Alles klar. Oh, okay. Sie wurden nett. Aber es war nur ein Trick. Sie haben mich irgendwo gegründet, nach der Städte der Stadt, der Rhein-Bow-Frienden-Spielplatz. Was? Okay, die hatten irgendwie nichts Gutes vor. Oha. Jetzt wollen die, die wollen da einbrechen und ihn ausnutzen dafür. Okay. Was? Gab's das schon einen von denen? Was? Das ist auch so ein Meme. Okay, er ist richtig ängstlich gewesen scheinbar. Und er hat seinen Stress mal rausgeholt. Okay, die wollen den Typen rot ausrauben. Okay, die hat... Oha. Die haben ein sehr starkes Zick. Oh oh. Rot hat dich gesehen. Aber ich frage jetzt, wie wird der blind? Oh. Okay, blau gab's schon, wie's aussieht. Okay. Okay. Alles klar, Leute. Please, don't sneak up on me like that, Beanpole. Der ist sauer. Oha. 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 Okay. Okay, er rennt jetzt erstmal weg. Oha. 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 Er hat irgendwas ins Gesicht bekommen. Und der ist schuf. No one found me until the next morning. I was rushed to the hospital, but there was nothing it could do for me. I was permanently blinded. All because I sacrificed my values and tried to fit in with those Morons. Oh Mann. Everyone came to see me, although I couldn't see them. Die Schwestern, die mich so behandelt, die Therapistin, die ein Placebo suggeriert hat. Meine Eltern, die mir nicht geholfen hat, bis es zu lange war. Alle anderen Kinder, die bei mir und die Verlusten sind, aber nicht meine Verlusten. Nein, ich wusste, dass sie nie wiederholt werden würden. Ich schreit mich bei dieser Gedanken, aber meine Glückwunsch schnell wurde nach Scham. Er wollte niemanden, der ihn besucht oder sowas in die Richtung. Oh Mann, Alter. Oh, rot. Okay. Okay. Er bietet ihm an, die Leute zu bestraftigen, die ihm wehgetan haben. Okay. Okay, okay. Er hat es zu spät gemerkt, dass er da ist. Das wird nur ein bisschen weh tun. Nein. Oh nein. Oh Gott. Der Stressball ist kaputt. Oh ja, er hat jetzt Augen, aber sehen kann er trotzdem nichts. Er war der zweite. Okay, Leute. Das ist ganz schön krass. Oh, er hat also so Freunde bekommen. Und er wurde auch sein Freund. So. So. Was denkst du? Das ist so krass. Es tut mir leid. Ja, wirklich. Oh Mann. Willst du nicht sein Freund werden? Okay. Alles klar. Vielleicht wird sie ja pink oder so. Keine Ahnung. Alter, Mann, wie viele Leute. Kommt ihr da eigentlich vorbei? Schau nach vorne. Wir können dort eine Zuflucht nehmen. Okay, die suchen uns Zuflucht in diesem Ort. Alter, Vater. Oh, okay. Sieht so aus, dass wir unseren neuesten Freundschaften haben. Sie sind bereits Angst. Ich kann es in ihren Händen hören. Ich kenne den großen. Er sieht lecker. Komm, in Position, alle. Wir haben einen Job zu machen. Hm. Hm. Okay, irgendwas ist... Er erschreckt sich. Irgendwas... Oh, rot wieder. Okay, was will rot? Ein Stick? Oh, er wird noch böser. What? Cyborg Blau? Was geht denn jetzt ab? Lass mich gehen. Was? Das hab ich nicht verstanden. Ist das du? Du klingt anders als normal. Never mind that. Now leave. I'll handle the human. Hey. Du bist nicht der Boss von mir. Dieser hier ist meine. Er will jetzt die Frau haben. Aus welchen Grund auch reden? immer. Er will alles für sich selbst haben. Wenn das so ist... Dann sperrt er sie da ein... Und geht. Er ist der neue Manager? Wow! Jetzt kämpfen die gegeneinander! Hallo? Ihr seid doch Freunde! Dachte ich zumindest. Okay. Und tschüss, Grün! Oha! This is seriously messed up. But that big-headed guy said I gotta field this thing if we're gonna' make it out of here przez diesen FI. policeman Hall runs in und der bowls life, so that's what I'm gonna' do. Now that's what I call service. Sie können talk? Ich kann Arbeit viel mehr als so. Can ich dir bättre. Oh-oh, er will nicht essen. Nein! Love! Komms! Alle gehören ihm. Okay, das meiste bringt nichts, weil er ihm in den Metall angemessen hat. Das ist zu okay, Verpfiff. Aber was ist denn sicher hinterher? Was will rote Reichen? Okay. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, okay. Okay, der hat ein bisschen viel gerissen. Die Sicherung geht aus. Okay, da ist noch jemand. Der wahrscheinlich von Lila. Ja, von Lila. Es ist okay, da unten. Ja, glaube ich, ja weniger, ehrlich gesagt. Oh-oh. Wird jetzt auch Lila irgendwie... What? Okay, Freunde, alles klar. Was ist denn da passiert? heard me! Looks like we're back in business. Thanks for turning the power back on. Sure. Now, let me and my friends go. Of course. A deal's a deal, after all. But first, I'm going to throw you a goodbye party. Quit playing games. We did your stupid tasks. Bring my friends back here and show us the exit right now before I... Okay. Und jetzt wird er wieder normal. Alles klar. Okay. Er will alle. Jetzt erklärt das halt, warum er dieses Spiel spielt eigentlich. Sie haben ihn zu Roten gemacht, damit er halt irgendwie ihr Freund wird. Aber das ist ja scheinbar nicht geworden. Er wird nie wie sie sein. Du denkst, dass du der Held bist. Du bist ein Monster genauso wie ich. Alles, was er tut, tut er nur, um die Rainbow Friends zu beschützen. Oh, jetzt geht's los. Bam, Junge. Ja, und zack. So hatte ich das Spiel aber nicht in Erinnerung. Rot wird für immer da sein. Er ist weg. Oh, oh. Der ist auch nicht nett zu denen. Alter, yo. Okay, Freunde, das war ganz schön krass. Ich würde sagen, wir haben uns eine echt lange Story dazu angeschaut. Das ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben, unten nach oben auf den Kanal, um keine Baute-Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns, glaube ich, beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.